Lieber Volker Beck, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte der Einführung und die Gelegenheit heute hier jetzt allerdings mit einer gewissen Einschränkung, nämlich als Letzter zu Ihnen sprechen zu können. Das bringt natürlich auch gewisse Gefahren mit sich. Zum einen die Gefahren der Wiederholung. Manches wird Ihnen jetzt wahrscheinlich bereits bekannt vorkommen, von dem, was ich Ihnen jetzt hier auch noch ausführen möchte. Und die ganz große Gefahr besteht natürlich auch darin, dass man sich selbst überlegt, was macht man eigentlich mit dem Manuskript, nachdem man nahezu alles, was in dem Manuskript steht, so jetzt hier auch heute bereits gehört hat. Aber ich will vielleicht zu Beginn doch ein paar Punkte nochmal als Desiderat dessen, was wir heute auch gehört haben, hier zusammenfassen. Völlig zutreffend der Befund, dass wir ein wenig gesicherten Bestand zu Artikel 5 Absatz 3, was Kunst und Kultur anbelangt, hier haben. Wir uns auf unsicherer Grundlage unter Umständen bewegen müssen. Aber das hat dann vielleicht auch den großen Vorteil, dass wir uns dann doch den allgemeinen Prinzipien und der allgemeinen Grundrechtsdogmatik zuwenden können und versuchen müssen, jenseits eines dürftigen, gesicherten Bestandes dann auch Lösungen zu entwickeln. Ein zweiter Punkt, der ebenfalls, glaube ich, sehr deutlich geworden ist. Bei der inhaltlichen Auseinandersetzung, womit wir uns hier beschäftigen müssen, wird es wahrscheinlich sehr viel auf das ankommen, was Juristen eigentlich seit der ersten Auseinandersetzung mit der Methodenlehre im Studium auch lernen, nämlich die Frage, wie wirkt sich das Vorverständnis eigentlich nachher auf die Methodenwahl aus? Denn von dem Vorverständnis, was sehe ich als Grundrechtseingriff an, hängt dann natürlich auch die Frage der verfassungsrechtlichen Würdigung ab. Und als letzter Punkt, das Ganze ist dann vielleicht auch jetzt einfach ein Plädoyer für mehr Dogmatik, ohne dass das Ganze jetzt ein grundrechtliches oder staatsrechtliches Seminar werden soll. Ich könnte den Vortrag ganz schnell beenden, wenn man sich auf den Standpunkt stellt. Die Antisemitismusbekämpfung, das Plädoyer gegen Antirassismus, das beherzte Vorgehen des Staates gegen Rassismus ist ein legitimer Zweck im Sinne der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und dann brauchen wir nur noch zu fragen, ob die Maßnahmen, die dafür gewählt werden, eigentlich geeignet, erforderlich und angemessen sind. Und dann würden wir wahrscheinlich sehr schnell zu dem Ergebnis kommen, dass jenseits der Frage, die vorhin auch angesprochen wurde, der Zweck jedenfalls hier die Mittel unter Umständen auch heiligen würde. Und diese Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen würde dann wahrscheinlich auch gelten, wenn man der Frage nachgeht, ist jetzt die Vorenthaltung von Leistungen tatsächlich ein Grundrechtseingriff? Kollege Heinig hat darauf ja auch vorhin schon sehr deutlich hingewiesen. Ich werde daran nachher auch noch einmal kurz anknüpfen. Also man könnte, selbst wenn man zu dem Ergebnis kommt, und ich will das auch gleich sagen, ich teile diese Position allerdings nicht, die Vorenthaltung von Leistungen stellt sich nach meinem Verständnis nicht als ein in dem Maße, wie es bisweilen behauptet wird, rechtfertigungsbedürftiger Grundrechtseingriff dar. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir tatsächlich als Ausgangspunkt bei der gesamten Auseinandersetzung natürlich auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass unter der Geltung des Grundgesetzes schlichtweg zu berücksichtigen ist, dass ablehnende kritische Meinungen, kritische Äußerungen, sei es im Bereich der Meinungsfreiheit, sei es im Bereich der Kunstfreiheit, grundrechtlich geschützt sind. Und das gilt auch, und wir hatten auch schon dieses Bonmot, allerdings Bonmot eher negativ konnotiert, auch Antisemitismus ist leider eine Meinung und kann sich auch künstlerisch darstellen. Die Frage ist, wo man die Grenzen dafür nachher ziehen mag. Aber wenn es darum geht, dass wir um der Freiheitsgewährleistung willen, und damit sind wir jetzt unmittelbar beim Thema, wir natürlich nachvollziehbarerweise einen Schutz vor staatlichen Eingriff, einen Schutz vor staatlichen Bewertungen, einen Schutz vor staatlichen Verboten oder Ähnlichem haben müssen, dann ist das auch aus der Tatsache, dass der Staat zwar grundsätzlich zunächst einmal zur Kenntnis nimmt, dass es dem Einzelnen unbenommen ist, einzelne Elemente dieses Staates oder auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung insgesamt abzulehnen. Aber daraus folgt noch lange nicht das Recht, bei gleichzeitiger Ablehnung der Grundentscheidung des Grundgesetzes für eine wehrhafte und streitbare Demokratie nun auch noch eine Finanzierung eines dieser Ablehnung manifestierenden Verhaltens fordern zu können. Und auf der anderen Seite ist es ein doch recht steiniger Weg, wenn man die These vertreten möchte, dass rassistische und menschenverachtende Positionierungen, sei es durch Meinung, sei es durch künstlerisch geprägtes Verhalten, in einem wertgebundenen Verfassungsstaat weder hingenommen noch gefördert werden müssen. Der Weg ist deshalb so problematisch, weil er sich eben in einem durch die Grundrechte geprägten Rechtsverhältnis bewegt und weil es die Grundrechte sind, die hier eben doch ihre Wirkungsmacht zeigen. Und deswegen möchte ich zunächst einmal tatsächlich hier in einem ersten Punkt die grundrechtliche Problematik der Nichtgewährung von Leistungen einfach nochmal unter der Frage Eingriffskategorie und was für eine Form von Eingriff oder ist es überhaupt eine Form von Eingriffen hier deutlich machen. Natürlich, Ausgangspunkt ist auch hier eine Rechtsprechung, auf die heute bereits hingewiesen wurde, dass als Akt der Grundrechtsförderung und als eine Maßnahme der Grundrechtsverwirklichung die finanzielle Förderung auch von Kunst dem Grunde nach anerkannt und unbestritten ist. Und ebenso unbestritten ist es wohl auch, dass es dem Staat versagt ist, unter Verletzung der Differenzierungsmaßstäbe bzw. der Diskriminierungsverbote aus Artikel 3 Absatz 2, lenkend in diesem Bereich der ja eigentlich dem Staat gegenüber abgeschirmt sein soll, in irgendeiner Weise einzugreifen. Und dem gegenüber steht nun genauso starr und genauso strikt zunächst einmal die Aussage, dass den grundrechtlichen Gewährleistungen grundsätzlich kein originärer Leistungsanspruch zu entnehmen ist und damit die Nichtgewährung von Leistungen, auf die kein originärer Anspruch besteht, weil sie nicht zwingend zur Grundrechtsverwirklichung notwendig sind, dann kann die Nichtgewährung dieser Leistungen auch keinen Grundrechtseingriff darstellen. Etwas anderes mag beim Existenzminimum oder ähnlichem dienen, wo das Bundesverfassungsgericht ja bekanntlich aus der Zusammenschau des Sozialstaatsprinzips und der Menschenwürdegarantie etwas anderes abgeleitet hat. Und gleichwohl gibt es Bedenken gegenüber dieser Gleichsetzung, jedenfalls dann, wenn man sich eben überlegt, was ist das eigentlich für ein Verhalten, was hier auch noch durch den Staat entsprechend finanziell gefördert werden soll. Und damit sind wir, und das ist das, worauf ich hier in erster Linie eingehen möchte, bei drei Punkten. Das eine ist die Bedeutung der Reichweite des Gesetzesvorbehaltes, die man sich noch einmal vor Augen führen muss. Das zweite ist der hier in meinen Augen zentrale Unterschied zwischen Leistungs- und Eingriffsverwaltung, die es noch einmal zu betonen gilt, weil man damit eigentlich die dogmatische Antwort bereits geben kann. Und als letzter Punkt noch einmal die Grundrechtsrelevanz. Für eine rechtssichere Ausgestaltung, und das ist auch in allen Gutachten, die heute zitiert worden sind, schon deutlich zum Ausdruck gekommen, ist die Frage nach der Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung offensichtlich eine der zentralen Fragestellungen. Und damit sind wir bei der inhaltlichen Reichweite des Gesetzesvorbehaltes bei der Gewährung staatlicher Leistung. Und dahinter verbirgt sich die Frage, die immer wieder mit dem Stichwort umgeben oder umschrieben wird, dass wesentliche Entscheidungen dem parlamentarischen Gesetzgeber auch vorbehalten sein müssen. Unbeschadet nun der Frage, ob ich diese Aussage auf Artikel 20 Absatz 3 oder auf eine Zusammenschau von Grundrechten und Demokratieprinzip stütze. Die Reichweite ist eigentlich das, was entscheidend ist. Das heißt, es geht um die Frage, welche Bereiche werden vom Gesetzesvorbehalt erfasst. Und das macht das Bundesverfassungsgericht mit der Wesentlichkeitstheorie und danach ist, wenn man es an einem Satz zusammenfassen möchte, unbeschadet aller Kritik, die man an dieser fast Lehrformel äußern kann, wesentlich ist alles, was wesentlich ist für die Verwirklichung der Grundrechte. Darüber kann man jetzt lange nachdenken, ob das wirklich hilfreich ist. Aber je nachdem Grad der Wesentlichkeit besteht dann auch eine gleitende Stufenfolge von ganz wesentlichen Angelegenheiten, die der parlamentarische Gesetzgeber selbst regeln muss, über weniger aber doch noch wesentliche Angelegenheiten, die vielleicht auch durch Rechtsverordnung geregelt werden könnten, bis hin zu nicht mehr ganz so wesentlichen Angelegenheiten, die von der Verwaltung durch Vergaberichtlinien oder Ähnliches durch Verwaltungsvorschriften geregelt werden könnten. Also Wesentlichkeit entscheidet auch über Regelungsdichte. Je wesentlicher, desto präziser, desto differenzierter muss die Regelung auch sein. Nun ist das unstreitig für den Fall der Eingriffsverwaltung, aber nicht ganz so streitig oder nicht ganz so unproblematisch für den Bereich der Leistungsverwaltung. Da ist es umstritten. Die einen sagen, Haushaltsgesetze seien ausreichend, die anderen gehen darüber hinausgehend aus den hier bereits genannten Gründen, dass das Haushaltsgesetz eben nicht die taugliche Grundlage sein kann. Aber letzten Endes hat auch das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass bei Leistungen, die sich in erheblicher Weise auf verfassungsrechtlich geschützte Positionen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Darstellung der Problematik, wenn es um Leistungen geht, die sich in erheblicher Weise auf verfassungsrechtlich geschützte Positionen auswirken können, also bei der Chancengleichheit politischer Parteien oder bei Eingriffen in Grundrechte Dritter, dann bedarf es wohl einer fachgesetzlichen Regelung. So, das ist der Minimalkonsens. Aber dann bedarf es vielleicht doch noch einer etwas differenzierenden Betrachtung. Wenn die Gewährung von Leistungen grundsätzlich rechtskreiserweiternd ist, wenn sie ein Mehr bedeutet, dann kann man die Frage aufwerfen, ob die Vorenthaltung von Leistungen oder die Nichterteilung einen Eingriff in grundrechtlich geschützte Bereiche überhaupt darstellen kann. Aber dabei muss auch betont werden, dass die Vorenthaltung bestimmter Leistungen durch die öffentliche Hand sich doch in erster Linie, und das ist, glaube ich, hier heute ganz deutlich geworden, als ein Gleichheitsproblem darstellen wird und weniger als ein freiheitrechtliches Eingriffsproblem. Erst dann, wenn sich die Nichtgewährung substanziell und spürbar auf die Wahrnehmung grundrechtlich geschützter Freiheit auswirkt. Und damit sind wir wieder bei der Zentralfrage, ob antisemitische Bestrebungen die Wahrnehmung grundrechtlich geschützter Freiheiten in einem förderungswürdigen Sinne betrachten sein sollen, dann kommt es zu einer faktischen und rechtfertigungsbedürftigen Beeinträchtigung von Freiheit. Und trotzdem ist die Auffassung, dass die Vorenthaltung von Subventionen einen rechtfertigungsbedürftigen Grundrechtseingriff darstellt, in dieser Pauschalität nicht frei von Kritik, weil sie, und darauf hat Kollege Heinig sehr deutlich hingewiesen, auch in seiner wunderbaren Erwiderung auf die Ausführungen im Verfassungsblock, weil sie nämlich die kategoriale Unterscheidung von Freiheitsausübung und staatlicher Unterstützung zur Freiheitsausübung schlichtweg einebenet. Wenn der Staat Grundrechten Grenzen ziehen darf, dann bedeutet dies eben nicht, dass der Staat jenseits dieser Grenzen, die sich bei der Eingriffsverwaltung darstellen, er darüber hinausgehend jedes Verhalten im Übrigen auch noch finanziell unterstützen muss oder unterstützen darf. Das heißt, den weiten Begrenzungen des Staates bei der Limitierung von Grundrechtseingriffen im Sinne von Freiheitsverkürzung, steht nicht äquivalent ein gleiches Gebot der Förderung gegenüber. So kommt es nun darauf an, was also am Ende hier grundrechtsrelevant ist, dann wird immer wieder eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als maßstäblich herangeführt und das wären Subventionen im Bereich des Presserechts. Nun ist, glaube ich, ein kategorialer Unterschied zwischen der Subventionierung einer freien Presse und der Subventionierung antisemitischer Kunst zu sehen. Ich glaube, man kann diese Maßstäbe schlichtweg nicht eins zu eins übertragen. Die Unterschiede könnte man im Einzelnen darlegen. Ich würde das mal jetzt hier an dieser Stelle außen vor lassen. Aber wenn man sich auf die These versteifen möchte, dass die Kunstfreiheit aus Artikel 5, Absatz 3 eben auch als objektive Grundsatznorm eine staatliche Schutzpflicht für die Kunst enthält und für die Freiheitlichkeit eines Kunstwesens insgesamt begründet, dann ist das aber eben noch lange kein Anspruch im Sinne eines individuellen Rechts auf Subventionierung. Und darüber hinausgehend muss man dann eben der Frage nachgehen, und damit sind wir auch unmittelbar bei den Ausführungen meines Vorredners, ob die Durchbrechung einer hier jetzt nur postulierten, aber nicht ernsthaft angenommenen allgemeinen Förderungspflicht sich nicht in Wahrheit als ein gleichheitsrechtliches Problem darstellt, das dann möglicherweise auch tatsächlich insoweit grundrechtsrelevant sein kann, weil es eine unterschiedliche Behandlung mit sich bringt, die dann auch einer gesetzlichen Regelung als Grundlage dafür bedarf. Aber dass die Ungleichbehandlung selbst einer Rechtfertigung zugänglich ist, das lässt sich auf zwei Argumentationslinien schützen. So kann man zum einen den Ausschluss rassistischer oder antisemitischer Bewerber auch als eine Folge der Entscheidung des Grundgesetzes für eine streitbare und wehrhafte Demokratie ansehen, die ihre grundlegenden für ein friedliches und demokratisches Gemeinwesen unverzichtbaren Werte nicht zur Disposition stellt. Und dementsprechend, und das ist nun auch Stand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, begegnet es keinem Bedenken, diejenigen von staatlicher Förderung auszuschließen, die die gemeinsamen Werte ablehnen oder auf deren Beseitigung oder Beeinträchtigung zielen, was man wohl beim Antisemitismus sicherlich bejahen kann. Und daneben kann man den Ausschluss auch auf die Diskriminierungsverbote in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz selbst stützen. Denn in der objektiv-rechtlichen Funktion gebietet Artikel 3 Absatz 3 gerade Schutz vor rassistischer Diskriminierung und fordern vom Staat auch entsprechende Maßnahmen, beziehungsweise untersagt es dann der öffentlichen Hand, ein Verhalten finanziell zu unterstützen, das den Betroffenen die Anerkennung als gleiche verweigert und damit gegen die Menschenwürde verstößt. Das heißt, im Ergebnis lässt sich gleichheitsrechtlich die Vorenthaltung von Leistungen auch rechtfertigen. Ich will zum letzten Punkt kommen. Die Nichtberücksichtigung bei der Vergabe von Leistungen ist grundrechtlich in der Tat nur ein gleichheitsrechtliches Problem, das aber mit der Dogmatik des Gleichheitssatzes gelöst werden kann. Alles, was darüber hinausgeht, alle Formen von Bekenntnisklauseln oder anderem unterliegen, mit Blick gerade auch auf die negative Freiheit, eine Meinung nicht zu äußern, nicht zu etwas Bestimmten verpflichtet werden zu müssen, um es so etwas allgemeiner zu formulieren, gesteigerten Rechtfertigungsanforderungen. Und da wird sich dann tatsächlich zeigen, nicht nur, dass wir für solche Bekenntnisklauseln in der Tat eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage benötigen, sondern darüber hinausgehend wird es auch unter dem Aspekt der hinreichenden Bestimmtheit darauf ankommen, deutlich zu machen, dass das Recht hier in der Lage ist, Parameter bereitzustellen, die dann eben auch jenseits symbolischer Gesetzgebung in der Lage sind, ein Bekenntnis auch im Bereich des Zuwendungsrechts zu ermöglichen. Insgesamt mag die haushaltsrechtliche Lösung über Änderungen der Bundeshaushaltsordnung oder eben, wir haben es am Beispiel von Schleswig-Holstein gehört, auch nur auf Landesebene durchaus ein gangbarer Weg sein. Und der ist auch dahingehend vorgezeichnet, dass auch das einfache Recht in anderen Bereichen durchaus Ausschlussklauseln kennt. Wir haben das auch im Bereich der Ausführungen vorhin zur Abgabenordnung erlebt. Im Ergebnis begegnet es keinem verfassungsrechtlichen Bedenken, eine Differenzierung bei der Subventionsvergabe dann vorzunehmen, wenn diese auf den Schutz erheblicher Rechtsgüter wie der Menschenwürde und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung abzielt. Es ist ein Vorgehen, das der Erfüllung eines legitimen Ziels dient, dem nämlich das Grundgesetz als Antwort auf die Verbrechen des Nationalsozialismus auch ein besonders hohes Gewicht beimisst. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.